Servus und hallo bei Under the Silver Screen mit mir, dem Martin und einer weiteren Review. Heute soll es gehen um nächster Halt, Fruitvale Station. Ein Film, wo ich mir gedacht habe, aufgrund der Aktualität dieses Films geziemte sich, über diesen Film einmal kurz zu sprechen. Vor allem auch deswegen, weil das ein Film ist, der bei uns so in der Breite eher unbekannt ist. Wo ich aber sage, gerade in Zeiten wie diesen lohnt es sich, dass man einmal zumindest kurz über diesen Film spricht. Black Lives Matter ist ja grundsätzlich eine Sache, die jetzt im Moment die Schlagzeilen rund um die Welt beherrscht. Aus gutem Grund, aus ganz wichtigem Grund und auf jeden Fall okay so, dass das so ist. Weil das ist leider Gottes ein Thema, das uns, wir sind mittlerweile im 21. Jahrhundert angekommen. Wobei, wenn man sich gewisse Dinge anschaut, dann muss man leider sagen, offensichtlich einige Menschen noch immer nicht. Großes Problem, das da vor allem in Amerika, aber nicht nur, ganz wichtig, jetzt wieder einmal aktuell wird, aufgrund eines Vorfalls, wo man so ein bisschen immer wieder das Gefühl hat, das passiert nur jetzt. Also weil es halt gerade aktuell ist, wird es halt jetzt mal wieder aufwärmt und so. Zumindest hört man das immer wieder von gewissen fragwürdigen Menschen, die das auf dieses eine Ereignis, das jetzt da mit dem George Floyd passiert ist, aufhängen. Ich würde allerdings entgegnen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und ein bisschen einliest und ein bisschen dabei ist und ein bisschen am Puls ist und vor allem sich auch ein bisschen die Filmwelt anschaut, dann ist das bei Weitem nichts Neugs. Dann ist das leider Gottes eine Sache, die uns schon viel, 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 viel zu lange begleitet, bewegt und beeinflusst im Grunde. Und der Film Fruitvale Station ist tatsächlich einer dieser Filme, der sich mit diesem Thema auf eine ganz einzigartige Weise auseinandersetzt. Wir begehen mit diesem Film den Oscar Grant, gespielt von Michael B. Jordan. Der wird aus dem Gefängnis entlassen und zwar wegen Drogen und Waffenbesitz. Ist er eingesessen und ja, er versucht jetzt im Grunde sein Leben wieder on tracks zu bringen. Also er muss von vorne anfangen, der Job ist weg. Er wird dann nicht mehr neu eingestellt aufgrund dessen, also er ist einfach nicht mehr tragbar. Trotzdem ist er grundsätzlich ein Mensch, der sich davon eigentlich nicht unterkriegen lässt. Er hat eine Tochter, er hat eine Freundin, die Sophina und ja, er möchte eben sich jetzt wirklich auf die Familie konzentrieren, möchte eben dort ein neues Leben grundsätzlich. Beginnen oder beziehungsweise sein existierendes Leben wieder so ein bisschen in die Spur bringen mit seiner Mutter. Der Wanda, gespielt von der Octavia Spencer. Hat er dann auch so seine Begegnungen während der Gefängniszeit schon und möchte jetzt eben auch, hat aber zu ihr eine sehr gute Beziehung grundsätzlich wieder. Trotzdem, ja, er ist eben sehr, sehr bemüht, dass er so, ja, zumindest nicht mehr negativ auffällt in irgendeiner Art und Weise. Er möchte sein Leben wieder in den Griff bekommen und dann ist Silvestertag. Und ja, dann passieren gewisse Dinge im Laufe dieses Tages. Und am Ende des Tages, so viel darf ich an der Stelle verraten, ohne wahnsinnig viel zu spoilern, wird nichts mehr so sein, wie es am Anfang des Tages noch war. Der Film macht etwas ganz Interessantes. Er begleitet, er lässt uns den Oscar Grant begleiten, so muss ich das sagen, einen Tag lang. Und zwar diesen Silvestertag. Wir begleiten ihn auf diesem, auf seiner Reise an diesem einen Tag. Das mag ein bisschen komisch klingen, weil dadurch sehr viel Backstory mitschwingt. Das löst der Film aber relativ elegant, wie ich finde, nämlich so mit der ein oder anderen Rückblende, die aber nie aufdringlich wirkt, sondern so eingestreut ist, damit man eben gewisse Dinge einfach versteht. Das ist dort, damit haltet der Film sich auch nicht wahnsinnig lange auf. Also das sind maximal so drei, vier Minuten, die er da so reinschmeißt, wenn denn eine Rückblende mal nötig ist. Das ist nur an zwei, glaube ich, Stellen so, wenn ich richtig erzählt habe, kann aber auch sein, dass ich mit euch zwei tue. Wurscht, es zeigt aber eigentlich nur, wie wenig mir das ansichtlich stört, beziehungsweise aufgefallen ist. Das muss ich dem Film schon einmal auf jeden Fall zugute halten. Dazu kommt eine wahnsinnig gute Performance von Michael B. Jordan als Lead da. Ja, dass der cool ist und dass der wirklich was drauf hat, das weiß man. Und an der Stelle muss man wirklich sagen, das ist so einer der ersten großen Geschichten für ihn. Und wer ihn erst aus Black Panther kennt oder aus Creed, dann muss ich wirklich sagen, schaut euch das mal an. Das ist ein zukünftiger Oscar-Schauspieler, wie er im Buch steht. Und ja, da wird es nicht lange dauern, bis das auch passiert für diesen Kerl, wenn man sich das anschaut. Octavia Spencer ist so eine, die ich sowieso immer gerne sehe. Das weiß jeder, der diesen Kanal schon ein bisschen mehr verfolgt. Sprechen wir mal vielleicht kurz über die Story an sich. Die Story ist eher so gestaltet, dass es jetzt nicht unbedingt eine Abfolge ist von wahnsinnig viel Twists, Turns und da passiert immer was. Sondern es ist eher tatsächlich eine Charakterstudie, eher tatsächlich ein Porträt. Wobei der Charakter, der da im Vordergrund ist, ist jetzt weniger der Oscar Grant, sondern eher mehr seine Umgebung, beziehungsweise seine Lebensumstände. Das klingt jetzt wieder so ein bisschen komisch. Verstehe schon. Trotzdem ist es an der Stelle ganz wichtig zu betonen, dass es nicht in dem Film wirklich nicht darum geht, dass durch jede Minute jetzt irgendwas passiert mit dem Charakter. Oder sich irgendwas auftut oder er sich in irgendeiner Art und Weise neu erfindet, neu gibt oder sich verändert. Sondern es geht wirklich darum, wie reagiert er auf seine Umwelt und um sein Umfeld, das ihm da gegeben wird. Das ist an sich schon einmal ganz interessant. Dann haben wir natürlich da eine Geschichte vor uns, die auf wahren Begebenheiten beruht. Was das Ganze echt sehr, sehr bedrückend macht an der Stelle. Jeder, der sich da ein bisschen reingelesen hat, so wie ich jetzt blöder weiß, weiß, was da war. Dementsprechend, aber nichtsdestotrotz bringt der Film das auf den Punkt. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr faszinierend an der Stelle, wie das filmisch gelöst wird. Dabei an der Stelle große Gratulation an den Regisseur dieses Films, nämlich Ryan Coogler. Ja, der, Creed und ja, Black Panther, wissen wir alle, was ich von dem Film halt grundsätzlich. Aber zumindest dieser und Creed, ja, top an der Stelle. Das muss man wirklich, das lasse ich wirklich nicht wegnehmen. Und ja, jetzt ist es ein Film, der dem immer wieder vorgeworfen wurde von einigen Menschen. Eher natürlich, ja, eh schon wissen, dass er teilweise ein bisschen zu einfach ist. Dass er teilweise ein bisschen einseitig erzählt wird und dass er teilweise ein bisschen zu plakativ daherkommt. Das würde ich so nicht unterschreiben an der Stelle. Also zumindest nicht so pauschal. Es gibt allerdings in dem Film eine einzige Szene, und zwar die Szene mit dem Hund. Wenn ihr den Film anschaut, dann werdet ihr die gleich wissen. Die war mir ein Stückchen zu drüber. Beziehungsweise, ich verstehe, was der Regisseur aussagen wollte mit dieser Szene. Die braucht es aber nicht. Also für mich hätte es den nicht gebraucht, weil ich habe den Film auch so verstanden. Aber klar, das ist halt dann immer so ein bisschen die Schwierigkeit, dass man sich mit so einem Film stellt. Wann wird man dann ein bisschen zu aufdringlich in seiner Message für das normale Kinopublikum? Und wann braucht es das? Und wer kann damit umgehen und so? Ich hätte es nicht gebraucht. Für mich war das dann tatsächlich eher störend. Das ist eine gute Szene, ist fein so. Aber die Message ist mir dann ein bisschen zu sehr draufhauen. Trotzdem ist es ein Film, der vor allem wegen seiner letzten 20 Minuten, was da inszenatorisch passiert, ist absolute Sensation. Also absolute Weltklasse. Muss man wirklich an der Stelle so sagen, wer da nicht mitgeht und wer da nicht irgendwo sich gewisse existenzielle Fragen stellt, die das Leben so für uns bereithält, der hat den Film definitiv entweder nicht verstanden, oder er ist ein Trottel an meiner Stelle. Ja, das muss man wirklich sagen. Das möchte ich an der Stelle wirklich einmal da lassen. Wer da nicht in irgendeiner Art und Weise über das Leben nachdenkt, ist in meinen Augen kein Mensch. Das möchte ich wirklich so sagen. Was bleibt, ist echt ein sehr, 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 sehr faszinierender Film, der natürlich jetzt ein bisschen den Vorteil unter Anführungszeichen hat. Den möchte ich keinen Film haben an der Stelle. Das möchte ich wirklich dazu sagen, dass er wahnsinnig aktuell ist. Das ist wirklich einer dieser Filme, wenn man so ein bisschen Outsider ist und das nicht so wirklich nachvollziehen kann, was da gerade passiert und warum gewisse Sachen passieren, vor allem in den USA, dann bitte schaut euch den Film an und das wird euch so einiges klar werden. Warum gewisse Sachen so passieren und nicht anders. Das ist kein Allheilmittel. Der Film gibt auch keine einfachen Antworten. Das muss man gleich dazu sagen. Und ja, er ist in dieser Szene und vielleicht auch noch in zwei, drei anderen ein bisschen, ja, schon werden da schon gewisse Seiten eingenommen. Das gestehe ich dem Film, aber in dem Fall zu. Das ist okay. Es ist keine Dokumentation. Das ist ein Film. Das ist ein Protestfilm. Das ist ein wütender Film, der aber sehr, sehr ruhig erzählt daherkommt und deswegen aber gerade, gerade deswegen wahnsinnig beeindruckend. Und deswegen kriegt er von mir auch neun von zehn möglichen Punkten, also neun von zehn Punkten für Fruitvale Station, beziehungsweise wie er im Deutschen heißt, nächster Halt, Fruitvale Station. Ja, halten wir das auch wieder. Und ich möchte wirklich an der Stelle sagen, sollte der ein oder andere diesen Film noch nicht kennen, der ist im Moment auf Netflix zu streamen und allein aufgrund der Brandaktualität dieses Films. Bitte nehmt es euch, der ist nicht lang. Der dauert 80 Minuten, 85 Minuten. Der bringt es relativ knackig auf den Punkt. Den kann man sich wirklich, wirklich und sollte man sich wirklich einmal anschauen. Fruitvale Station, ein absoluter super Film und auf jeden Fall ein Tipp für alle, die den noch nicht kennen. An der Stelle darf ich mich auch schon wieder ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch und ciao.